Hallo, herzlich willkommen an Bord, euer GamerTV Marvin, ich bin gerade in Call of Duty Black Ops 2 unterwegs, na dann können wir mal anfangen, viel Spaß beim Zuschauen. Bord, euer GamerTV Marvin, ich bin gerade in Call of Duty Black Ops 2. Die Drohne nähert sich. Die Drohne nähert sich. Haluba, Haluba bitte! Die Drohne nähert sich. Was denn? Yo, das kann ja was werden hier heute. Die Drohne nähert sich, wo rektisch weiterbaut ist. Die Drohne nähert sich. cesse dystrimmieter Dzarsack Drohne na Bis dahin Das的话 Durär Bord Achtung, feindliche Drohne regert sich. Wir haben den Vorteil verloren. Wistes sieben? Wischung, sieben? Wies, sieben? Ja, sieben? Wies, sieben? Wie lange kommen sie zu? Wien, sieben? Wies, sieben? Wiste sie zurück, sieben? Achtung, feindliche Vorräte unterwegs. Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Ja, ich spiele das mit der Tafatur. Achtung! Ja, ich bescheide mich. Achtung, siegen die Spiele! Achtung! Manu, manu, meta… Achtung! Feuer! Achtung! Feindliche Drohne nähert sich! Geschossen! Ja, so ist das. Ich muss mich erstmal einfinden in das Spiel wieder. Achtung! Feindliche Vorräte unterwegs! Achtung! 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 Feindliche Ferneuenkladung im Einsatz. Achtung! Von der Seite, von oben. Ja, sicher. Das war's dann für heute erstmal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und es wäre echt, echt nett von euch, wenn ihr mich unterstützen könnt mit einem Abo und einem Daumen hoch. Euer GamerTV Marvin. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschau.